Oh, ich liebe Achterbahnfahrer. Sau cool. Das haben sie echt cool gemacht. Wow, und jetzt hier drin. Sau cool. Wäre cool, wenn es dann noch dunkler wäre. So ein bisschen cool. So geil. Wow. 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 Oh, jetzt kommt das da. Crazy shit. Wow. Wow. Jetzt sind wir wirklich Teetassen-mäßig. Uh. So cool. Wow. Was ist cool. Wow, das ist krass. Oh nein. Schon gleich vorbei. Ich will noch mal. Ja, und jetzt sind die alle stehen nämlich da. Ja. Dort. Jetzt, jetzt. Hier ist Zeit. Ja. Ja. Schön. Genau, jetzt. Und jetzt kann ich auch gleich das Ding sehen, ne? Ja, genau. So habe ich mir gedacht. Malst du selber wieder? Uh. Angst. Ja, mach's dann. Wow. Das war cool, Leute. Das war echt cool. Aber gut, das konntet euch vorstellen, dass ich das cool finde, weil... Ja. Da bin ich ja bei Rhythm auch schon immer so abgegangen. Schön. Gut, wir haben alle drei Muster. Ähm. Das ist ja schon mal schön. Was ist denn hier für ein Stecken? Schön. Oh, das war schön. Kann ich hier nochmal zurückkneiden? Leute, sorry. Ähm. Puh. Ich glaube, meine Auslastung war gerade so auf geschätzten 180% oder so. Das hat man sehr bei mir am Sound gemerkt. Und ging gerade fast gar nichts mehr. Es ist fast eingefroren. Und eingefroren ist wieder witzig, weil es, denke ich mal, genau vorm Überhitzen war. Und so konnte ich es aber gerade nochmal beenden. Ich wollte jetzt aber hier gerne nochmal hier einmal zurückfahren. Schauen, ob jetzt irgendwas dann drüben passiert. Weil wir haben ja jetzt eigentlich alles. Und... Ach so, apropos. Vor der Aufnahme habe ich übrigens nochmal zwei Zettel eingesammelt. Also wir müssten dann auch echt mal alles lesen. Also einmal oben bei der kleinen Kugel lag nämlich wirklich noch ein Zettel. Und bei meinem Nachspielen von dem Portal-Rätsel, da lag auch noch ein Zettel vom Tagebuch. Ich hoffe, sonst sind alle weg auf der Dings. Ich wüsste nicht, dass sonst noch irgendwo bei unseren beiden anderen Rätseln lag ja nichts mehr. Also denke ich, sollten die überall eingesammelt sein, hoffe ich. Ähm, jetzt schauen wir mal. Aber ich denke, ich werde auch gleich jetzt beenden, weil sonst macht mein Laptop nicht mehr mit. Wo ist jetzt eigentlich Saavedro? Wissen wir auch nicht, ne? Laut. Ja, hier ist es auf jeden Fall nicht. Äh, war dieses komische Einladmitte schon immer offen? Das ist schon so ewig her. Habe ich das aufgemacht? Wie bescheuert gerade. Da war doch das Buch drin, kann das sein? Ja, hier ist doch... Da liegt doch auch ein Buch. Ist irgendwo ein... Ah, da ist ein Knöppchen. Nun, Atrius, entspricht das deinen Erwartungen? Bist du mir hierher gefolgt, um Relation wieder zurückzugewinnen? Erfüllt dieses Klassenzimmer deine Erwartungen? Ich habe deine Aufzeichnungen gelesen. In Tomorrow. Als ich das aufschlussreiche Buch außerhalb des Observatoriums gefunden habe, las ich alles über die Dung. Und wie du anfingst, ihre Welt neu zu schaffen. Kannst du so etwas wirklich tun, Atrius? Nach all dem, was Narayan widerfahren ist? Könntest du diese Welt wieder erschaffen? Ich glaube nicht, nein. Denn dafür klebt zu viel Blut an unseren Händen, Atrius. Das kannst doch du nicht mit einem Pinselstrich wegwischen. Es fehlt noch ein Symbol, Atrius. Was? Narayan wartet. Also erstens habe ich drei und ich dachte, ich brauche drei. Und zweitens meint er damit, dass ich jetzt nach Narayan kommen soll? Ich klicke hier gerade ein bisschen doof rum. Ähm. War das hier schon immer offen, das komische Buch? Können wir mal bitte darüber gehen? Äh, ich weiß es gerade nicht. Wie komme ich denn? Das komische Buch? Ich bin gerade bescheuert, Leute. Auf der Insel habe ich doch alles gemacht, oder nicht? Es fehlt noch ein Symbol. Wir haben doch alle. Äh, dieses Ei, war das schon immer offen? Ich bin gar nicht irritiert. Weil wir sind doch gereist hier über... Wir sind doch hier über diese... Nein, das war noch nicht offen. Wir sind über die anderen Bücher gereist, in den Dingern. Wie komme ich denn jetzt hier an dieses Ding dran? Ist egal, ich wollte eh eigentlich aufhören. Wenn ich da anklicke, dann kommt ja das gleiche nochmal, ne? Schätzungsweise. Ja, das kann ich abbrechen, weil das haben wir schon ähm... Hm, egal, ich wollte eh aufhören, aber da liegt ein Buch und ich muss da hin. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe gerade überlegt, ob ich dann über das Labor vielleicht das hier so runterfahren kann. Wir hatten das doch hier auch schon mal hoch und runter gefahren, oder? Dieses Ding hier. Wie hatte ich denn das gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich muss jetzt eh erstmal hier aufhören. Wo soll irgendwo ein Schalter ein Hebel sein? Und warum fehlt noch ein Symbol? Was meint er damit? Fehlt mir vielleicht wirklich noch eins, bevor ich hier dran komme? Komme ich da vielleicht echt erstmal Bohr dran? Hm, ähm... Aber ist eigentlich auch egal, ich höre jetzt eh erstmal aufhören. Gut, äh ja, ich hoffe es hat euch bisher gefallen. Oh, nee, geschlafen. Komisch. Ähm... Ja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschöö. Untertitelung des ZDF, 2020